Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute blicken wir auf Phantom, auch ein sehr sehr häufiger Wunsch von euch. Wie sind dort die bullischen Aussichten, wie sind möglicherweise dort die bearischen Aussichten, wie gehen wir vor mit unseren Spotkäufen, wo gibt es möglicherweise neue Spot-Einstiege für euch da draußen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video mal ein bisschen genauer angucken. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, und wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Außerdem gerne, wenn ihr auch Phantom handeln wollt, kaufen, handeln, Forex-Stocks, meldet euch gerne bei meiner Partnerbörse BingX an. Dort kriegt ihr dann auch noch 10% lebenslangen Rabatt auf die Gebühren. So, und dann gehen wir aber rein zu Phantom. Wir fangen an mit einer kleinen Analyse. Momentan trainen wir bei 30 US-Dollar-Cent. Wir sehen, hier wurden schon einige Spot-Zonen abgeholt. Die größte und wichtigste, das war hier unten die bei 17 US-Dollar-Cent. Von dort aus ging es dann erst einmal jetzt hier in Richtung 37 US-Dollar-Cent. Das heißt, alle, die hier unten in diese grüne Spot-Zone eingestiegen sind, 100% Einsatz raus. Und ja, dann sind nur noch die Gewinne hier eben drin. Wir könnten dann gegebenenfalls bei einem Rücksetzer noch einmal einsteigen. Für alle, die hier noch nicht drin sind, gilt natürlich diese Kaufzone auch. Aber jetzt blicken wir erst einmal so an sich auf den Coin. Da sehen wir auf CoinMarketCap derzeit, was MarketCap anbelangt, momentan bei 858 Millionen MarketCap. Platz 60 bei CoinMarketCap. Alle Token sind noch nicht auf dem Markt, aber wir sind hier bei 88% der Circulating Supply. Natürlich auch bei allen großen Börsen gelistet. Das ist immer ganz gut. Wobei dann aber auch immer mal so ein bisschen kleines Anstiegspotenzial möglicherweise fehlt. Aber Phantom hat sich schon jetzt über mehrere Jahre, sage ich jetzt einfach mal, bewiesen. Wir hatten hier einen phänomenalen Bullrun, der bis auf knapp 3,41 oder 3,42 jetzt einfach mal grob überschätzt ging. Und jetzt sich einfach mal nur noch knapp 10% davon übrig. Das heißt, bis zum All-Time-High hätten wir hier knapp ein 11x, was hier möglich wäre. Sollten wirklich hier wieder solche Kurse kommen. Aber euch interessiert wahrscheinlich auch mehr, wo befinden wir uns derzeit. Also wie gesagt, wir traden momentan bei 0,30 US-Dollar. Wenn wir uns jetzt unsere übergeordnete Range angucken. Und mit übergeordneter Range meine ich einfach mit diesem Peak hier diese ganze Seitwärtsphase, die wir hier auch seit Mai 2022 haben. Also eigentlich ist das alles hier, erinnert mich immer wieder gerne an Chainlink. Chainlink, ewig lange nichts gemacht. Ich glaube, es war noch mal ein bisschen länger. Und jetzt kam das voluminante Breakout und wir sind hier über 100% im Plus. Und so erinnert mich momentan ein bisschen Phantom. Hier muss man nur ein bisschen vorsichtig sein, denn wir befinden uns hier weiterhin, wie gesagt, in der übergeordneten Seitwärtsphase. Das ist absolut klar. Aber wir haben auf Daily-Sicht und auf dem Chart befinden wir uns derzeit zumindest mal dieses kleine Zwischenhoch hier bei 0,33 erst mal rausgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Einerseits, weil wir in dieser Range dann zumindest schon mal so eine leichte Trendwende haben in Richtung des Bullischen. Aber wie gesagt, das Volumen sehr, sehr gering. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen aufpassen. So richtig euphorisch bin ich hier ehrlich gesagt noch nicht. Wichtig war, dass wir dieses Hoch hier eben erst mal rausnehmen, dass es passiert. Nächster Step muss jetzt aber hier sein, in Richtung 0,47 bis 0,50 US-Dollar-Cent zu kommen, weil wir hier oben eben das Golden Pocket von unserer Gesamtrange erst einmal haben. So. Für alle, die jetzt noch nicht drin sind, wie gesagt, die Haupt-Range, wo wir unten eingekauft haben, war hier unten bei 0,18 bis knapp 0,15. Ganz runter sind wir nicht gekommen, aber das war so der erste Einkaufszeitraum. Sollte jetzt eine Korrektur folgen. Ziehen wir unser Fit-Level von unserem Tief zu unserem Hoch und da sehen wir, okay, hier unten dieser Preisbereich hier, den wir schon mal als kleine Kaufzone drin hatten, hier bei 0,25 oder knapp 0,26 bis 0,24 wäre dann der nächste Spot Einstieg. Also für alle, die hier noch nicht drin sind, wäre diese kleine Überschneidung hier unten perfekt. Wir haben das Golden Pocket hier, wir haben eine Daily Demand-Zone, das heißt einen großen Support und einen größeren WIG. Das heißt, die Liquidität, die sich hier in diesem Preisbereich findet, könnte sich der Markt noch einmal holen und von hier aus, sage ich dann mal, in Richtung, zumindest mal in Richtung Golden Pocket aufsteigen. Auch hier wären wir dann, sollte hier unten jemand einsteigen möchten oder wollen, wären wir hier bei knapp 100%, die kurzfristig möglich wären. Dann sollte Bitcoin weiterhin natürlich so bullisch sein oder wir über die 40.000 US-Dollar bei Bitcoin drüber brechen. Das wäre so das bullische Szenario, bearish wäre, wir brechen hier komplett durch und verursachen dann nochmal ein tieferes Tief. Das Problem nämlich an der ganzen Sache ist, wenn wir uns mal einen Daily Chart angucken, sehen wir, wir haben keinen richtigen Support-Hemm hier mehr drunter und das erinnert mich dann wieder so ein bisschen an ICP, also Internet-Computer, wo wir auch schon hatten in der Analyse, macht es natürlich umso schwerer. Und wenn wir jetzt nur mal von diesem Anstieg gehen, wären dann sogar nochmal Kurse, wäre richtig bearish hier in Richtung 1,272, also Richtung 0,11 oder sogar hier Richtung 8 US-Dollar. Gehe ich momentan aber nicht davon aus, momentan ist eben diese Range hoch genug, ein tieferes Tief bis knapp 0,15 ist auf jeden Fall nochmal drin, sollten wir hier das Golden Pocket auf jeden Fall nochmal durchbrechen. Das heißt, kleinerer Einstieg hier, für alle, die hier möglicherweise ein bisschen FOMO kriegen, ansonsten wichtigster Einstieg sind hier unten die 0,17 bis knapp 0,17 US-Dollar. Und was ist hier möglicherweise dann im Bullrun drin? Dafür muss natürlich erst einmal diese Range gebrochen werden, das ist nochmal Step 1. Erst dann können wir uns über höhere oder bullische Kurse drüber freuen, weil danach, seht ihr ja selber gerade, wenn wir mal hier das Fib-Level wegmachen, haben wir hier einen sehr, sehr impulsiven Dampf von damals noch gesehen. Das heißt, diese Impulswelle hier in diesem Bereich, die könnte sich der Markt noch holen. Das heißt, Kurse bis 1 Dollar sind sehr, sehr wahrscheinlich sogar in einem Bullrun locker drinnen, eben durch diese Ineffizienzen hier nach oben hin. Und wenn wir uns dann noch das Fib-Level ziehen, sehen wir auch, okay, das 0,236er würde hier perfekt drüber einpassen. Also als ersten Take-Profit sollten wir hier nochmal größere Profite nehmen, werden ungefähr von unserem Einstieg, ich glaube 500% müssten es circa sein, schauen wir uns mal an, so, 400% und eventuell von eurem Einstieg dann ungefähr 300%. Wenn dann wirklich ein Bullrun kommen sollte, was ich natürlich hoffe hier, dann wären Kurse auf jeden Fall vom All-Time-High, das wäre der erste Step und der zweite Step wäre dann hier ungefähr beim 1,618er bei 5,41 Dollar. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Sagt ihr, nee, das ist absoluter Blödsinn, kommt niemals. Oder sagt ihr, hey, absolut möglich, ich bin da investiert. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten natürlich auch weiterhin eure Altkönwünsche in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock habt, dass ich ein paar andere Altköns angucke. Schreibt es gerne dazu. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.